Prozent ja Ja das kann sein Äh wo geht's weiter, Scheiße? Baut schon die Spawner ab? Ja, klar wieso nicht Ich seh dich da drüben, guck mal. Äh, wo geht's weiter? Hier, irgendwo. Hast du da unten schon wieder einen Zombie-Spawner? Hä? Mama! Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Okay, verpiss dich, Alter. Ich muss den abbauen! Ohne Witz. Creeper, 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 Creeper. Bein! Wom hat ich den abgeblockt, Alter? Boah, die bin ich einfach so richtig gut, ey. The fuck's killer, Alter? Was? Zwei Herzenscheiße. Endlich, voll live. Ja, sicher. Ja, klar. Meine ganze Zeit, Pfeil ist nicht so ein Scheiß. Was, wie viele Pfeil ist hier auf der Map gibt? Ich weiß, aber ich will jetzt nicht nochmal hoch. Spinne, Spinne, Spinne. Nicht schon wieder so eine Scheiß-OP-Spinne. Das ist ein Enderman. Ich muss den Scheiß-Born abbauen, aber ohne. Spitzartier wird das nicht. Alter, da ist mich aber fast runtergehauen. Ja, voll, Alter. Enderman gekält. Ich muss hoch. Aber ich will nicht hoch. Aber ich muss hoch. Spawner, aber auch, weil das Creeper spawnet, Alter. Ich bin. Ich habe meine Fackeln vergessen. Weil alles vergesse ich, ey, ohne Witz jetzt. Ein Leben. Echt, ihr habt voll live. Mach mal da. So. Also nicht, ob ich in den bills showen, darf ich nichtわか und so ein McCord indem ich spreche assuming, stehe ich nicht. Eine Andementsante sind in seinem Immers bertischen. Dлыb schagten sie Suppose Herr W событиer. Doch jetzt habe ich mich gegenüber. sehen dort hat ruhig ist die Armand egal wie weit geht es da noch weiter ohne Witz ist soll jetzt sind wir draußen auch noch nicht mehr Mann das locker mal 8 Zombies oder so noch nicht hätte noch einen anderen Bogen dabei ach komm schon ich bleib jetzt noch nicht vor ja komm her komm her alter ja komm Skelett töd mich los Arschloch was hier abgeht ey also wenn das wirklich wenn das wirklich so weit geht da muss ja eine Kiste sein keine Ahnung kann ja schon kaum anders sein da ist ein Creeper Spawner alter da ist ein Creeper Spawner wo die Mäbe ich ja nicht ohne die müssen mit meinem Livestream zu zocken komm ja sicher eine Lohre alter einfach viel zu viele Menschen ey wie ein Zombie Pigman auch noch ja klar übertreib alter mit meinem OP-Schwert geht das alles ja aber die Nacht hier ich einfach so krass sogar draußen sterb ich jetzt echt ja hier sind einfach mal fünf sechs Zombies ja halt jetzt musst du die Lok überleben ja ohne Ausrüstung ja und ohne Schwert oder ja und die stehen halt gleich an meinem Spawn ja klar komm schon lass mich in Ruhe ja 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 ich hab's glaubt geschafft ich hab's glaubt geschafft ich hab's glaubt geschafft ich hab die nächste Wolle ich bin hingekommen nein guckst im Ernst ein altes Leben Jürgen Kugel und so ein bisschen Alter wo kommt es vorliegt Kiel Alte übertreibt es mal nicht hier mit wir sind einfach so viele Menschen nicht geht eigentlich nein jetzt wird sich auch noch mal zerstört ja ok Sponscheid oben Loll da war einfach mein Krieg aber ok ich glaub du gewinnt auf jeden Fall ich hab schon zwei Worte ja ich hab gar keine ich brauch leben 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 ich brauch mal ein bisschen ausrüstung ich fang jetzt nochmal ganz von vorne an mach das ich hab zwei Skype Nachrichten vielleicht hätten wir doch zuvor spülen können egal eigentlich ich kill ein Zombie mit einem Schlag hey schlafen kurz ich hab kein Bett du aus dem bin ich hier grad am hochgehen hä wohin wohin geht es hier ja komm jetzt du hast gesagt die Map geht nicht so lang ja normalerweise geht es ja auch nicht so lang wie hier mit meinem Schwert alles kaputt machen du bist ja auch fast fertig ja bin ich ja du musst halt mal hast du überhaupt schon eine Dierrüstung nein ich komme jetzt da nicht mal hin weil nachtisch sie hat gleich mal getötet da war ich als erstes ja ich auch aber wenn ich verreckt wie kann man da verrecken wenn man die Dierrüstung hat äh ja ich bin schlecht ja ich merk's mit Dierrüstung rückst du eigentlich so gut wie Null Schaden jetzt hab ich da ein Stein hingebauen, Alter wo 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 Wo, 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 der hat mich grad so ein Mini-Zombie fast aus der Welt geschlagen und ich hab alles dabei. Ich hätte alles dabei. Alter. Alter. Ich warte jetzt, bis es Park ist. Ja, mach das. Lecomio. Leut, Feuerzeug mit Schärfe 3? Ja. Leut. Was, ich brauch, ich brauch, ich brauch, ich blöde, oder? Okay. Oh. Wo ist der Ende? Ah, komm, die weg, scheiß Geläte. Das Skelett mit einem Schlag tot. Hei, Leute. Im Ernst? Alter. Schnell in mein Haus, in mein Bunker. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. So, jetzt muss ich noch irgendwo die dritte Wolle finden. Ich brauch nochmal, ich brauch nochmal, ich brauch nochmal eine Kiste. Unbedingt. Äh, die setze ich jetzt, äh, 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 hier hin. So, Flamme 1, Stärke 1, ich brauch ja alles nicht, das brauch ich nicht. Äh, Effizienzen, Rückstoß. Oh. Ne, brauch ja auch nicht, brauch ja auch nicht, brauch ja alles nicht. Nein, 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 nein. Oh, das bin ich getroffen. Ich glaub hier grad nur dumm rum. Echt? Ja. Warum denn? Weil ich irgendwie verkackt habe. Warum denn? Weil halt. Ich guck jetzt mal, wie ich das noch retten kann, aber ich sterbe halt immer. Soll ich dir was geben? Rüstung. Nee. Wo zum Teufel? Ah, ich seh dich da hinten. Ah, du bist ja bevoll durch Löcher. Weil ich weiß nicht, wo es jetzt die dritte Wolle geben soll. Ah, ich weiß es. Du weißt es? Ja. Das ist schon kacke. Ich hab nicht mal die Irrste. Also, beruhig dich. Aber ehrlich gesagt, das Jump in Run musst du gar nicht machen. Wieso? Ich hab kein Jump in Run gemacht und ich bin zu der Wolle gekommen. Wie bist du da hingekommen? Besser gesagt, ich bei dem Jump in Run gar keine Wolle. Was ist da? Nix. Das kann gar nicht sein. Wie bist du da hingekommen? Also, zu dem Jump in Run musst du ganz hinten zum Haus und dann nach unten gehen. Ja? Ja. Und dann bist du falschrum beim Jump in Run. Echt? Ja. Wie kommt sonst rein? Ich weiß es nicht. Du weißt es. Ich weiß es echt nicht, wie man andersrum reinkommt. Okay. Aber da unten ist nix. Also, da muss was sein. Aber ich war falschrum in dem Jump in Run drin. Oh je. Ja, guck mal. Ich räume jetzt so schnell das hier aus. Ja. Und ich hab meine Pfeile mal wieder vergessen. Ich fang jetzt von vorne an. Mach das. Alter, jetzt war die Klebe wieder getötet, ey. Ich hab schon zwei verzauberte Tierschwerter. Tschüss. Aber ich hab nur das aus den Kisten geholt. Lol, das ist ein Zombie mit Ei. Oh man, jetzt auch noch ein Skelet, ey. Ich stört gleich. Ach, da unten kann man auch noch weiter. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Ach Gott, da kann man auch noch. Ach du kacke. Was? Hier geht's ja auch noch weiter. Wo? Hier unten. Bei der, da wo die kaputete Brücke ist. Ja. Hab ich gar nicht gewusst. Aha. Weil das nämlich auch Eisenblecke, Jonas. Da kannst du dir ne Rüstung machen. Ich weiß. Da ist so ein Schwachsinn drin. In der Kiste. Aber ich find, die wollen nicht. Zum ohne Witz. Echt? Oh, das ist ein Verzauberungstisch. Ich hab 31 Level. Ich hab 31 Level. Oh, toll. Ja, sicher. Ach, komm. Kacke. Nein. Nein. Ja, ne Neter, Neterwarze. Was ist denn das? Nein, Alter, das gibt's nicht. Ich hab jetzt gedacht, ich hab, ich hab meine dritte Wolle. Ja, und? Ich hab dich nicht. Ich weiß nicht, ich hab keinen Plan. Ich hab eigentlich alles abgesucht. Es gibt keinen Platz mehr. So einfach, du bist mir. Du weißt, wo es ist, oder? Ja, so ungefähr, weiß. Toll, Brote, was mit mir Brote. Oh, toll, schon wieder so ne OP-Spinne, ey. Was für ne OP-Spinne? Ne verzauberte Spinne. Da geht's weiter. So. So. Äh. Äh. Ich komm nicht raus, doch jetzt. Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung, wo noch was sein könnte. Oh ja. Weil ich seh ja, ich seh ja bloß zwei von diesen Räumen. Mhm. Nee, drei, lol. Höh! Höh! Welche Farben hast du jetzt? Muss ich gucken. Ich glaub, rot und gelb. Okay. Was fehlt denn dann noch? Glaube. Okay. Nein. Oh Mann. Oh, Jonas, ja, es geht keine Stunde, so, so. Ja, hab. Normalerweise geht's auch nicht, aber wir sind halt schlecht. Ah, du geschlecht. Nö. Nee, wär schon mal gestorben. Oh, genau. Ich bin noch nie gestorben. Wett mal, ich gewinne es, ne? Nein, im Leben nicht. Doch. Klar. Ich hab zwar immer noch keine Wolle mehr, aber... Egal, ich bin einfach. Was brauchst du wohl, also? Ja, für was? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Wolle brauchen wir halt so. So, ich lass jetzt erstmal mein OP-Schwert daheim, falls ich sterb. Ich hab auch ganz schön rumkommen. Schnell durch. Ah, was brauch ich denn nicht, das wohl nicht. Den brauch ich auch nicht. So. Alles klar. Kaka. 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 So, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da brauch ich alles nicht. Das herrwolle, so was von... Ja, tut mir leid. Ja. Feuerresistenz? Aha. Hä? Bin ich blöd, oder? Wieso kann ich den Flock nicht erbauen? Bist blöd. Okay. Voll komisch. So, Feuerresistenz, Feuerresistenz, haben wir noch ein paar Blöcke da, ja, haben wir. Und dann würde ich einfach mal sagen, let's fetz. Was, du hast jetzt die Wolle, alle? Nein, nein. Aber let's fetz, auf die Suche, gehen. Für die dritte. Das beruhigt mich. Nein. Nein. Was? Nein. Lol. Oh nein, oh, kacke. Was ist jetzt passiert? Ich bin aus dem Weg gefallen. Ja, wie das? Äh, ich bin rausgesprungen, keine Ahnung, wieso, aber... Oh, kacke. Okay, ich muss mir unbedingt mal das anschauen, später, was du gemacht hast. Weil ich glaube, ich hatte die erste Wolle. Echt? Ich hatte es ja nicht, aber ich war, glaube, auf dem richtigen Weg dazu. Na, alter, wie oft bin ich jetzt gestorben, ey. Äh, fuck. Jonas, du hast recht. Was? Am Ende des Jump'n'Runs isch was. Ja, sag ich doch. Oh, fuck, oh, ne. Machst jetzt alle Wolle? Oh, ne, ich hab's grad gesehen. Ich muss bloß auch das Jump'n'Run schaffen. Und wieder zurück. Haha, ne, 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 ich weiß was besseres. Oh, ne. Ich weiß was besseres. in dem Raum wurde die ersten immer noch nicht doch nicht nur ein Eisenschwert da bist du ja hast du davon kein Eisenschwert was du mit deinem Schwert aber ich habe keine Spitzacke ich bin jetzt warte wo die dir sind auch ohne Spitzacke ja das ist mir auch passiert komm schon alles da lassen und aus der Welt springen ja warum das? ich will nicht zurückladen ok was denkst du? nein Whatsapp ich glaube ich lasse da jetzt zurück ja ja oh je da steht aber getäuscht ja ich merk's brauchen wir deine Eisenspitzacke ja oh ne Creeper alter 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 ich gewinne das noch voll gute Idee jetzt oh Gott das sind ganz viele Creeper alter nein jetzt habe ich schon wieder meine Spitzacke vergessen ich laufe halt gleich wieder hin ohne Spitzacke ja das ist gut ja so ich glaube das reicht ja so ich glaube das reicht da da alter ich will das nicht danke 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 so äh hier hat's kein Platz zu legen wir mal hier alles ab hast du jetzt geschafft ich muss das Jump'n run run noch halber schaffen halber ja schlecht sie muss da hinten erstmal wieder hinkommen war nicht hab ich grad Hoffnung wieder und du versaust alles ja wenn ich schon eine Wolle hab nein ich hab Clay eine Wolle echt? ja ich hab gleich die dritte und jetzt wird's Nacht ganz schlecht ich hab kein Essen dabei wo hab ich das Fuck-Essen hin wo hab ich das Fuck-Essen hin hier jetzt hab ich's nicht mitgenommen hallo Essen komm raus boah das wird's aber nochmal spannend zum Schluss ne wird's nicht ok ich weiß ich wollte dir bloß Hoffnung machen oh danke bitte weißt du jetzt kommt Sache so raus oh scheiße ich hab das ja gar nicht aufgenommen ja ja oh mir fällt grad auf die die FPS Anzahl ich hab wei äh ich hab gelb anstatt rot oh ne ne die ist schon rot echt? ja bei dir vielleicht also bei mir ist bei mir ist die gelb im Ernst? kratsch so ja ja naja danke für den Boost so jetzt der runter was war da nochmal drin geschwindig lol geschwindigkeit und direktheilung egal brauche ich nicht hm hm wow jetzt hab ich Holz vergessen warte jetzt hab ich voll ins Mikro gepusht nein nein ich bin doch so blöd alter ich bin einfach so schlecht im pvp-maps und im Betten du musst ja nicht mehr pvp machen und der Adventure-Maps da in allem das ist ja eher so wie willst du es jetzt nennen das ist ja eher so 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 Renn-Map ne ist ja eher Strategie ja okay diesmal nehme ich alles mit Zuckerholz wo man sich das letzte Mal vergessen ja okay Jonas Jonas ich hab gleich die Wolle Mannu du musst dich aber noch hochbauen ja das hab ich auch schnell gemacht na stimmt ich hab ganz viel ich glaub ich hab 5,6 Team Tier das so ja Alter dann möchte ich damit hochbauen oder wie ja klar so kann ich ja stimmt toll ja ich hab die Wolle ja 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 ganz viel Wolle scheiße 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 weißt was ist ein weißt was und sagt ja nicht dass man das Jump in Run machen muss oder ja hast du nicht gemacht nö ja ich hab mich einfach mit Koppel rüber gebaut ja das darf man ja nicht ja wer sagt das vorne steht ein Schild dran wo vorne am Anfang vom Jump and Run ne steht's gar nicht doch doch wo denn steht vorne dran ich weiß es ich hab das Schild vorher gesehen ja aber das steht nicht in die Richtung wo es Jump and Run ist doch klar nein das steht in die andere Richtung wenn es nach oben geht warte mal ich komme mal schnell zu dir ja teleportier dich zu mir ne ich flieg kurz ja oder mach das was was magst du alter wo bist du ja da unten komm jetzt gleich nach hinten ja siehst du mich ne hier unten hier unten jetzt nach unten nach unten nach unten nach unten viel zu weit wieso das Lava Jump and Run ja hä ja eben wo gehst du nach unten wo gehst du hin ja guck die Schilder stehen stehen in die andere Richtung ja dann stehen die halt falsch die müssen auf jeden Fall ja toll darfst du da nicht über ja das hat niemand ja toll woher soll ich das wissen wenn die Schilder falsch rum am Strand stehen ja dann wirf deine Wolle einfach kurz weg und mach guck ja klar ich bin zu schwer ja klar die Techniker Prozent okay geht es doch nur wieder ich komme es durch der Weg im Sturbo rüber okay tschüss tschau dies ist nicht schwer und nein an und ich echt nicht will ich hab's fast ganz krass ah scheiße ich gestorben ne ne naja Lölk Lölk Wo bin ich denn jetzt ich hab ich bin nie geblend ja was ich hab nie geblend als Musik jetzt Musik oh 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 Monster 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 ganz viele Monster zu viele Monster so weiter jetzt passiert ja muss gleich die Warte Alter ich mache ich die Stelle ja schon ich bin 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 ja klar du scheiß Zombie Alter schock mich doch nicht da runter Alter was soll nie ich bin hier los geht los geht ihm da kannst du ja aufholen und es sind ja nicht total schwer ich will nein nein aber ich hab das fast ganz geschafft also sei ruhig du weißt dass ich scheiße bin in Jump'n' Runs ja das weiß ich ja ha 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 trick 17 so spinne spinne nein 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 Tülle übertreiben was mit Monstern bei mir g bei mir auch viel zu viel Lein Heiko Popo wie ja was ist die Schwierigkeitsstufe easy echt ja wow Mann ich treffe das scheiß Wasser nicht was willst du machen ich treffe das Wasser nicht welches Wasser bis da unten wenn ich runter springen von der von der Stadtplattform so scheiße alter weil es kann ja noch aufholen ja ich werde gerade auch die ganze Zeit getötet ich sehe aber nichts im Chat ja vorher aber jetzt hab ich auch zwei Herzen ja unternehmen ja 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 ich bin drüben ich bin drüben ah aber alter ich kann mal den Tag machen nein 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 oh Alter was ist das denn da komme ich ja nie wieder hin um ohne Witz jetzt es kommt dann nie mehr hin jetzt weiß ich wie es nicht ohne Sachen ja aber echt aber ich finde es wichtig